Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist euer Dr. Scamp und heute habe ich für euch ein 3 Gunmarks Gameplay mit den HWK30. Nämlich hier ist das Gefecht, wo ich den Panzer G3 Markt habe. Und wir schauen uns das Ganze an, gucken uns den Panzer an, bewerten ein bisschen den Panzer, reden ein bisschen drüber und schauen uns auf jeden Fall an, lohnt es sich oder nicht. Also, bleibt dran. Der HWK30 ist jetzt der deutsche Premium Scout auf Stufe 8. Und er verfügt über eine sehr gute Sichtweite und Tarnung, verhältnismäßig zu ein paar anderen seiner Stufe und eine sehr gute Kanone. Was Sichtweite und Tarnung angeht, hat das natürlich auch sehr viel mit Equipment zu tun. Und ich würde diesen Panzer mit einem Kommandosichtsystem, einer Optik und einem Abgassystem ausstatten. Bei dem Optik und Abgassystem natürlich, wenn man es erbeutet hat, ist es wirklich besser, das kann euch sehr viel bringen. Ich habe nur das erbeutete Abgassystem, meine Optik ist ganz normal, ohne Verbesserung, weil auf dem ersten Slot ist das Kommandosichtsystem. Das würde ich auch da immer stehen lassen, das ist sehr wichtig, dass das auf dem ersten Slot ist, weil der Bonus da einfach sehr wichtig ist. Wenn wir uns jetzt das Ganze hier angucken, dann sehen wir schon mal, wie ich das Gameplay mit dem HWK spiele. Nämlich, man muss immer mit dem vorsichtig sein. Der Panzer hat halt keine Panzerung, das ist ein Light. Vor allem der ist groß und sehr anfällig für HE und eigentlich für alles andere. Es gibt ziemlich nichts, was ihn nicht durchschlägt. Da muss man schon wirklich sehr viel RNG Glück haben, dass mal irgendwas abrallen sollte. Im Normalfall werdet ihr einfach jeden Schuss kassieren, der euch auch trifft. Deswegen spielt man den auf jeden Fall vorsichtig. Man tastet sich immer voran. Man könnte hier natürlich auch jetzt sehr aggressiv durchfahren. Ich könnte hier aggressiv bis da vorne heran drücken oder hier vor. Das Ergebnis wäre, ich wäre irgendwann mal von dem gegnerischen Light aufgemacht worden und wäre wahrscheinlich zusammengeschossen worden. Das Ziel ist natürlich immer, den Gegner outspotten und besser zu sein als der Gegner. Und vor allem bei Light ist es wichtig, erstmal besser zu sein als der gegnerische Light. Hat man diesen aus dem Spiel genommen, hat man es natürlich leicht. Und genau deswegen braucht man auch nochmal eine gute Crew. Meine Crew blende ich euch hier oben einmal ein. Die ist schon mittlerweile sehr weit in den Perks und die wichtigsten Perks müssen drauf sein. Das ist auch der Grund, wieso man vielleicht, wenn man jetzt mit den Lights gerade anfängt und man denkt sich, ach ich kaufe jetzt ein Premium und skille schon mal eine Crew auf dem Premium, nicht mit einer einfachen 100% Crew anfangen sollte, sondern vielleicht mal so eine Special Crew nehmen würde, wie Weihnachtscrew oder so. Hier seht ihr, wie ich den Badshot outspotte, fahr zurück, damit er mich nicht proxied und schon ist minus ein Badshot und ich habe kein Light mehr als Gegner, was natürlich das Gameplay sehr, sehr leicht macht, weil jetzt kann ich mit vorsichtig fahren, auf jeden Fall ohne Probleme das Gefecht hier dominieren. Das ist eigentlich das Wichtige. Genau, bei der Crew, achtet darauf, dass Waffenbrüder auf jeden Fall drauf ist. Sechster Sinn ist natürlich für den Light unheimlich wichtig, wie für jeden anderen Panzer. Und auf jeden Fall die sichtweiten Skills sowie Tarnung. Das kann zum einen ein bisschen problematisch werden, aber ich würde da wirklich sehr viel Wert drauf legen. Wenn man die Tarnung voll hat, auf jeden Crewmitglied hat man wirklich einen sehr starken Tarnboost und kann sowas wie den Badshot 12-Tonner hier outspotten, weil man mit einem Abgassystem auf ungefähr 44-42% kommt, je nachdem, ob man noch eine Direktive benutzt und mal dabei auf jeden Fall dann die Gegner mal outspotten kann. Bei der Sichtweite kommen wir auch mit einer Optik auf 508 Meter, was sehr, sehr gut ist. Ihr seht hier, ich kann durch die Busche den Phase 1 zum Beispiel auch spotten und ich habe hier hinten auch meine Standard B gespottet, über die ganze Distanz, wo da irgendwo in dem Busch oder so stand. Oder vor dem Busch, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die Sichtweite ist damit sehr, sehr gut. Mit über 500 Metern hat man eine Top-Sichtweite mit dem Kommandosichtsystem, kann da wirklich schon sehr vieles machen. Wir können uns jetzt noch einmal die Kanone anschauen und hier haben wir eine sehr interessante Kanone, denn ich habe ungefähr 6-7 Sekunden Nachladezeit, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Wir haben eine APCR, die 1000 Meter fliegt, die hat einen guten Durchschlag von 187, was für ein Light vollkommen okay ist, weil man die Gegner ja potenziell eher flankiert und nicht gerade frontal beschießt. Und dafür ist sie wirklich sehr gut. Wir haben aber auch eine sehr gute Heat mit 250 Pen, was sehr solide ist, das ist tatsächlich so eine ähnliche Pen wie tatsächlich manche Mediums oder Heavies oder zum Beispiel wie der neue Marathon-Panzer. Auf der Goldhaar, der hat da nämlich 263 und wir haben hier 250, aber mit Heat. Also das ist wirklich wiederum ein sehr, sehr guter Wert. Und das Schönste, was an diesem Panzer ist, was euch wahrscheinlich dem meisten Spaß machen wird, nach dem Spotten, ist die HE. Die HE hat 102 Durchschlag, fliegt 755 Meter die Sekunde. Die Geschwindigkeit ist jetzt nicht die beste, natürlich ist jetzt eine HE, aber 102 kann den einen oder anderen Burask sehr wehtun, kann sehr vielen Lights sehr wehtun, vor allem solchen Lights wie HWK 30 zum Beispiel. Oder ein Elk Even, der potenziell da immer 300 Schaden rausnimmt. Und seien wir mal ehrlich, 300 Schaden mit einem Light zu machen, macht richtig Spaß. Vor allem, wenn man dann mitten im Gefecht mal PvP gegen einen Light spielen muss, oder so eins gegen eins, ist das schon ganz praktisch, wenn man ihn einfach mit HE rausnehmen kann, weil man potenziell auch mal ein bisschen was zerstört bei dem Gegner. Was natürlich noch wichtig ist, ist vielleicht das Verbrauchsmaterial. Hier natürlich ein Med-Git und ein Rep-Git, standardmäßig, was aber natürlich auch nicht fehlen sollte, ist eine Ration. Ich würde auf diesen Panzer absolut kein Feuerlöscher draufsetzen, weil in über 100 Gefechten, die ich den Panzer gefahren habe, bin ich maximal zweimal gebrannt. Also wirklich fast gar nicht. Und meine Erfahrung damit ist einfach, man braucht es nicht. Hier hatte ich HE geladen, für die ISO war jetzt nicht die beste Wahl, aber ich habe tatsächlich einfach vergessen umzuladen beim zweiten Schuss. Beim ersten Schuss hatte ich sowieso keine Möglichkeit kurz umzuladen, ich musste da schießen. Immerhin haben wir 20 Schaden gemacht. Hätte natürlich mehr sein können, aber man kann nicht alles haben. Hier auch ein interessanter Spot, den ihr mal benutzen könnt. Man kann hier vorne hochfahren und man sieht einfach den S1 hier oben. Falls die Gegner sind, proxiert man die hier und kann sehr schnell mal 500 Spot bekommen. Wenn wir erstmal den HWK so ein bisschen einstufen wollen und uns schauen wollen, naja, wo ist er denn ungefähr zwischen 8er Leitz, wer sollte ihn kaufen und für wen ist dieser Panzer? Bei der Einstufung würde ich ihn für mich persönlich auf Platz 3 setzen nach dem LP und den EVEN. EVEN einfach, weil es unbestritten der genialste Spotter ist, den es gibt. Er kann sich in jedem kleinen Busch hin positionieren und dort einfach das Gefecht dominieren. Das macht natürlich sehr viel Spaß und erlaubt einem auch wirklich sehr viele interessante Sachen machen zu können. Der zweite Platz wäre bei mir natürlich der LP, einfach nur wegen der Panzerung, wegen der Trolligkeit, wegen der Möglichkeit, jeden anderen Leit kaputt zu rahmen, der in dem Weg kommt und der spotet halt mindestens genauso gut, wenn nicht teilweise besser. Das sind so die zwei Leits, die für mich immer an der ersten Stelle stehen werden. Und gleich dahinter würde ich den HWK setzen. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Mischung aus einer guten Kanone mit einer sehr guten HE und der Möglichkeit zu spotten, macht es natürlich sehr gut möglich. Was auch halt bei dem Panzer gut ist, ist die Tatsache, dass er relativ mobil ist. Gibt es auf jeden Fall Leits, die das ein bisschen schwieriger haben, wie der T92 zum Beispiel. Er ist für mich sehr mobil, Problem natürlich bei der Feldausrüstung, die blende ich euch auch hier jetzt noch einmal ein, wenn wir drüber reden. Hier seht ihr mal die Feldausrüstung, die ich für ihn genommen habe, mit der ich die ganze Zeit gefahren bin. Die kann natürlich nach Spielziel und nach Ideen variieren, aber ich finde für mich, das ist schon eine sehr gute Wahl, die ich da getroffen habe und ich würde die jetzt nicht missen. Hier seht ihr die Kanone, einfach Auto-Aim S1, er trifft, also wirklich ein sehr solider Panzer, der sehr gut trifft. Hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, deswegen finde ich auch, auf dem Panzer braucht man tatsächlich einfach gar keine Gun-Handling-Ausrüstung. Man braucht jetzt keinen Stabilisator oder so, weil es ist einfach genug und spotten ist einfach, bringt einem mehr, als jetzt auf Krampf versuchen, da Damage zu farmen. Auch ein Ansatz, da wäre da sehr fragwürdig. Wer den Leit fahren sollte, sind in meinen Augen Leute, die Erfahrung haben. Es ist ein sehr anfälliger Leit für Schaden, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall mit den Tarnwerten sehr gut klarkommen. Ihr braucht zum Zweiten auch eine gute Crew und jetzt ein sehr neuer Spiel, hat vielleicht nicht die beste Crew und wird da jetzt nicht so viel Spaß haben, wie jemand, der eine gute Crew hat. Das kann natürlich auch ein Problem werden. Und hier wird mir das Muni-Lager richtig weggeschossen. Turmweitflug sind bestimmt was, 5, 6 Meter gewesen mindestens. Aber wir haben 6.000 Spot hier zusammenbekommen und nochmal 1.000 Schaden und das hat dazu beigetragen, dass ich in diesem Gefecht die dritte Garnmark bekommen habe. Ja, wenn wir jetzt noch zu Ende reden, wen der Patzer gehört. Auf jeden Fall, also wer den Panthers spielen sollte, Neulinge eher nicht. Leit sind grundsätzlich eine schwere Klasse und sollten jetzt nicht von neuen Spielern gefahren werden, da diese potenziell kontraproduktiv für das Team sind als produktiv. Ihnen sollten tatsächlich mal Leute fahren, die einfach mehr Erfahrung haben, gute Crews haben, Möglichkeit haben, den Panzer besser zu equippen. Wenn man dann den Gegner outplayt, hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den Panzer dauerhaft gespielt habe, schaut dafür gerne auf Twitch vorbei. Dort habe ich das fast komplett gestreamt, wie ich den Panzer gefahren habe. Da sind nur ein paar Gefechte nicht drauf, die ich dann einfach offstream gefahren bin. Und dort werde ich auch weiterhin viele Leits fahren. Dort werden wir Marathon fahren. Also schaut gerne vorbei, lasst ein Follow da. Dort kann man auch alle möglichen Fragen zu den Panzern stellen. Das war es von mir zu den HWK30. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Panzer ihr als nächstes denn potenziell für den 3Gunmark sehen würdet, wollen würdet. Was euch da interessiert und ich richte mich an euren Wünschen. Das war es von mir, euren Dr. Scamp. Ciao, ciao.